Was gewesen? Wir schaffen was. Jetzt schaffen wir es. Jetzt wissen wir es. Mhm. Mhm. Mrs. Umbridge. Mhm. Mhm. So, was dann bräuchte ich dir? Machen sie ein Foto von einem Freund. Das Gespenst mit einer... Spiegel. Foto. Wir machen nicht hier nur Minus mit unserem Geschäft. Das gibt's ja nicht. Wir machen nur Minus mit unserem Geschäft, okay. Oh, ich muss ja wieder stumm schalten. Ja. Äh. Ja. So. Mit dem Licht, den Spiegel benutzen. Foto von Gespenst. Mhm. Oh, guck. Dann die Kamera. Ja. Lass euch ruhig fangen, ne? Ich hab die Kamera dann dabei. Muss ein Temperatur-Ding mal jetzt schon mit. Ja, weiß nicht. Ah, legt immer alles im Haus. Ah, also ich hab... ich hab's. Ja, ich hab mal den Spiegel suchen. Mhm. 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 Was hast du gemerkt? Warum machst du das? Gar nichts. Doch. Warum verarschst du mich? Mhm. Aha. Auf damit. Läuft er draußen herum? Glaub ich nicht. Ach, hier ist das Dings. Hier ist der Spiegel. Bei mir. Und ein Teddy ist hier auch. In der Wäschekammer. In der Wäschekammer. Ah, uuuh. Uuuuh. Was? Da sind die was langgekrabbelt. Auf dem Boden. Okay. Oh, das ist gerade. Ich geh jetzt mal runter, dann lass ich mich fangen. Make this back. Ah, hier ist schön am Gesicht. Dadadada. Am Gesicht könnte da ja nichts mehr geändert werden. Also immer noch die gleiche Fresse. Ah ja, das passt schon. Das war so, ich lass mal das Rätschen hin. Dies passt schon. Ich muss nur... ...ein Foto von ihr machen, wie du verschleppst. Ah, nicht du, Mark. Schlepp, Mark. Show yourself. Mwah. Ich glaub, es ist aber diesmal ein Baby. Okay. Oh, nee. Okay, wir müssen das echt... Ich musste das nur für die Aufgabe machen. Jaja, na, 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 ich weiß nicht. Soll ich ihn sehen? Ne, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Mark war oder das Baby. Ist das sich beides so ähnlich. Mark, es schaust aus wie ein Baby. Oh. Das wird 500 bis 1000. Eigentlich ist das schlecht. Äh, ich seh's. Ist ein langer Ganghändler. Wohin ist das hier? Ein langer Ganghändler. Jetzt drücken die Tür durch, jetzt ist er weg. Show yourself. Also, in der Ecke hier. Das ist wieder dieser komische... Ich geh mal, warte mal, ich komm mal kurz auf die Zitter. Dieser Chiang-Chi. So, okay. Äh, Foto vom Gesp... Ja, ich muss euch jetzt nur noch einmal fotografieren, wie ihr gefangen werdet und dann haben wir alles erledigt. Die... Die Partikel 100 bis 500? 500 bis 1000. Äh, 500 bis 1000. Äh... EMF war bisher noch nicht. Ihr müsstet euch einmal verschleppen lassen, please. Ja, wenn du herkommst, dann... Hey, du bist doch hinter mir, oder nicht? Ach, da stehst du. Show yourself. Ja, musst dich verschleppen. Catch me if you can. Wir haben Bock auf Fangspiele. Er ist irgendwo. Wenn ich verschleppt werde, dann mach ein Foto von mir. Ja, wie denn? Schatzi, ein Foto. Show yourself. Hallo. Sind sie in einem Einbrecher? Oh, nein. Ah, je, 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 Loddy! Oh, die Sau. Was ist das für ein Geräusch? Ihr seid ja dafür... Mann, Marc... Ja, der Marc hat's verkackt. Was für ich? Du hast die Tür aufgebracht und ich wollte dir aber die Cam aufheben. Ich seh nichts. Wo zum Teufel bin ich hier? Hallo? Äh, ah, ich seh Licht. Hallo? 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 Ich leg da den Cam hier drauf. Oh. Nein, jetzt hab ich kein Bild mehr frei. Ja. Jetzt kannst du die 100 Dollar ausgeben. Ja, dann komm mit, dann kannst du die Kamera aufmachen. Oh, ich hab's Licht kaputt gemacht. Der Geist hat wirklich was, wenn du seine... seine Lichter anmachst. Sobald du es angehst. Sobald du es angehst. Sobald du es angehst. Ich hör nur Luger rumrennen. Oh, Licht ist kaputt. Schade. Na ja. Kann man nix machen. Sim, soll man sagen, wenn du seinem... Auf einem Baum ein Kuckuckuck. Und noch eine. Jawoll. Speak to us. Auf einem Baum ein Kuckuckuck. Was ist das? Ich wusste glaube... Hello, we are friends. Aber EMF schlägt ja gar nicht aus. Ich wusste genau dass ich wieder verschleppt werde, ohne Witz. Ich hab's einfach so gewusst. Show yourself. Oh, wo ist denn der Spiegel? Schau mal hier, die Spaghetti. Der sieht nach Keller aus. Er ist im Keller. Oh, heulen! Er kommt wieder nach oben und verschleppt mich. Das ist heulen. Ich seh dich nicht. Ach hier. Thor-Sy. Thor-Sy. Aber ich kann nix mehr auf. Wieso nimmt der mehr dicht, man? Ich hab mir extra vorgestellt. Bist du nur jetzt hin? Ich bin draußen im Garten. Hallo. Ich glaub, wir sollten die Rolle wechseln. Ich glaub ich. Ich glaub ich. Ich hab jetzt die Kamera. Ja. Ich hab jetzt die Kamera. Ich chill jetzt mit der Kamera. Lass mir mal einen Wein nehmen. Ist in der Küche. Das sounds eh. Zeig ich, du Schüft. Lack schon, du Schüft. Ich seh ja nichts. Show yourself. Ich durch die Kamera legit alles besser sehe als... Ja, hab ich doch gesagt. Ich guck auch die ganze Zeit über die Kamera. Der freut schon wieder. Fußspun macht der ja keine, ne? Hammerpupp. Ich hab hier ähm... Oh. Oh. Da kommt's. Ja. Ich hab grad Neukrat. Ja. Da in der Ecke ist er. Fotografiert hab ich den schon. Du musst ein Foto davon machen, wie ihr versteckt werdet. Achso. Hoppala. Witcherbrett. Oh. Witcherbrett ist ja auch guter Ort hier. Da muss jemand durch den Spiegel schauen. Ah. Bewegt sich wirklich Witcherbrett. Ne. Von der eine in die andere Ecke, oder? Ah ja. Chaotisch. Nein, Chaotisch. Nein, Chaotisch. Nein, Chaotisch. Gut, die Wudo-Puppe macht den egal. Okay, er ist... Oh Gott, er ist alt. Wenn auch noch. Also Fußspun... Andere, äh... Also Temometer war 5 bis... äh, minus 5 bis 5. Wo ist die? DMF war 1. Ne, das kann nicht sein. Dann muss 5 sein, dass das der ist. Entweder ist das... 5 ist der, äh, Jiangji. Oder... Oder schau mal in den Spiegel. Oder 1 ist der Poltergeist. Schau den Spiegel unter dir. Die jetzt auch steht. So schön mit euch und jetzt selber. Hä? Du musst lange drinschauen, bis das Bild weg geht. Ja. So. Ich hoffe, du hast dein Foto gemacht. Ja, ich hab zwei gemacht. So, jetzt reiht, jetzt rechts aber hier. Ich glaub, ich schmeck genug hier. Warte mal, wir sind jetzt wieder raus. Ah, ne. Oh! Ich fühl das so sehr, man sieht... Also Wodopop haben wir keine Interaktion mehr. Da bin ich umgedrückt. Also wir brauchen jetzt entweder 5 Spuren. Oder EMF. Hä, wofür? Wir wissen ja was schon. Wir wissen ja, dass es ein Jiangji ist. Wir wissen ja, dass es ein Jiangji ist. Nein, hab ich nicht. Ich hab gesagt, mit der... Doch, hast du gesagt. Ich hab gesagt, mit der 5 ist es ein Jiangji und mit der 1 ist es ein Poltergeist. Ja, aber wenn das Aussehen immer gleich ist, dann ist es doch der Geist, oder nicht? Der Poltergeist, ne? Hä? Ist das jetzt der Poltergeist, oder was ist das? Schaut das aus. Also EMF oder Fußspuren bräuchert man halt. Ähm. Wir werden es jetzt eh sehen, wenn wir es richtig gemacht haben. Also ich nehme das Heilige Feuer. Mach das mal. Schauen, ob es wirkt, oder ich sterbe. Mach das mal. Oh. Ja, toll. Ciao, Thorsten. Hä? Bist du gefangen? Hast du irgendwas zum Schützen mit? Ne. Er hat irgendwas... er hat irgendwas gesch... Er wurde aber nur verschleppt, alles gut. Okay. Ach ne. Hä? Die Wodopoppe bewegt sich auf und ab. Oh, super. Thorsten ist tot. Ruhig, Kappa. Äh, bei mir habe ich jetzt gar keine Stimmung mehr. Doch, ruhig. Bei mir ist nicht... Die Chabret bewegt sich chaotisch, dann weinen und erhebt die Wodopoppe. Ach eben, genau. Kannst du mir Licht machen? Und wir das Heilige Feuer drauf. Ah, haben wir. Oh. Auf zu weinen, du hast mich getötet. Ich schlief. Die Mäbel. Oh. Achso, ne, holen auch tue ich ihn mal nicht, sonst sterbe ich wahrscheinlich, oder? Soll ich ihn holen? Nein, nein, hol ihn nicht. Wir warten jetzt hier. Auf einem Baum ein Kuchen. Er kommt doch am langen Gang in Langstädel. Ja. Ja, wir sehen's. Beschütz mich bloß, ich hab keinen Bock zu sterben. Ich versuch's. Er geht hinter mich. Nein, ich geh vor dich, dann kannst du auf ihn schmeißen. Hol ihn dir! Jetzt! 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 Es ist der falsche. Scheiße. Glaube ich, oder? Es hat nicht... Oder? Es hat halt keinen... Ich hab ihn halt fix getroffen, aber... Naja. Also bei mir ist es... Also ich hätt' gesagt, das ist der EMF 1 bis 2, weil ich war mit dem EMF an dem Tisch, wo sich die Sachen bewegt haben. Da ist der Poltergeist. Da kannst du ja nichts halten. Und Fußspuren hinterlässt da auch keine, also es ist der Poltergeist. Also brauchst du Feuersalz. Okay. Aber ich hoff' der Rest stimmt, sonst sind wir ein bisschen am Arsch. Achso, ich muss ja nur ne Cam holen. Ähm, wenn du, wenn du nicht... Dann stell' ich mich wieder vor dich, dann schlägt er dir das nicht aus der Hand, sondern mir, und dann kannst du ihn abwerfen. You know? Hm... Ja. 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 Okay. Oh. Digger. Ich hoffe, er nennt mich. Oh! 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 Mark! Noni! Oh! Toll! Nein! Wer hat er dich? Er hat mir die Sache aus der Hand geschlagen. Mark! Was hast du eigentlich gemacht, Mark? Mark! Mark, was hast du... Ich hab mich erschrocken, warum? Oha! Weil er nur gesagt hat, okay, tschüss, Mark, und ich dachte, sie ist draußen. Und deswegen dachte ich, dass sie das ist, die neben mir stand. Ähm. Der Mark wird verschleppt. Es geht halt grad so instant eins auf dem anderen. Der ist grad ein bisschen aggressive. 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 Ich geh mal von außen. Mann, ich dachte, du bist draußen. Ich wusste nicht, dass du im Haus bist. Dann ist das auf einmal so... Hä, ich war vor dir und hab die Lampe gehalten. Ja, jetzt hab ich ihn nicht gesehen, ich hab die in die andere Richtung geschaut. Und dann steht irgendwas neben mir. Ich so, komplett erschrocken, hab drauf geschossen. Mark ist ein blinder Wizard, der trifft halt nie. Ja, ich glaub auch du. Ja. Mann, ich hab ja so schön mein Kuckucklied gesungen, weißt du? Und dann opfert Mark mich einfach. Das wollte ich mit Aussicht. Mhm. Mach das auch gerne. Mhm. Feuersatz. Entschuldigung, hab was vergessen. Kuss geht raus für einen verschenkten Sub an Kiso. Liebe geht auch raus. Okay, ich halt jetzt das normale Salz und dann läuft das Feuersatz. Er läuft jetzt hier im langen Gang. Mhm. Oh, ich kann mich nicht wirklich bewegen. Warte, bis er mir das erste Hand schlägt. Kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Es ist wieder falsch. Es ist immer noch nicht das Richtige. Irgendwas haben wir extrem abgemestert von den Hinweisen. Ich weiß aber nicht was. Partikel. Also, Ovića Brett bewegt sich gotisch. Haben wir weinen? Haben wir? Und ich... Also, das EMF ist auf 3, by the way. Aber dann kommt bei mir gar kein Geist mehr raus. Was hat der Partikelzähler? Ich gucke. Hey, dann ist es der Gehängte, oder nicht? Der hat 500 bis 1000. War heiliges Salz hat ja nicht funktioniert, oder? Bewegt sich... Warte mal, Reacher Brett... War ja... Es musste Ching-Shi sein. Es ist chaotisch. Dann weint halt. Ja, aber dann hättest... Voodo Puppe... Voodo Puppe... Also, bei mir ist er auch beunruhig... Bei der Voodo Puppe, die macht keine Interaktion. Doch, die hat er hochgehoben. Ja, einmal, aber nicht die ganze Zeit. Ja, das ist, glaube ich, wurscht. Ich glaube, wenn er es einmal macht, dann kann er es die ganze Zeit machen, theoretisch. Aber ich weiß nichts. Hält's mir mal. Wie kalt ist es denn? Sind wir vielleicht falsch mit der... Temperatur? Das... Temperatur zeigt nur an, was für ein Geist es sein könnte. Aber nicht die Stimmung und so. Ja, wenn er was passiert... Aber vom Aussehen ist es doch der... Chiang-Shi. Warte mal, ich hab gar nicht auf den Aussehen grad geachtet. Stimmt eigentlich. Scheiße, ich hätte zwar auch Aussehen achten sollen. Der ist in der Küche. Soll ich nochmal reingehen und... Ich hätte heiliges Feuer nochmal probiert. Oh, ich hab's ja gratis verwendet. Nee, du hast doch gerade das Feuer salz verwendet, oder? Warte, was... Wie meinst du das andere? Ach so, das Heilige. Ja, ich probier's mal. Wenn's nicht klappt, dann ist's halt traurig. Ich hab heute gar keinen Geist. Ja, das wäre doch eigentlich dumm, wenn du sobald du weißt... Also, der Geist-Typ, ja, weißt du, halt dann vom Aussehen hin. Aber du lässt Dings dann passen, ja. Das Ding ist halt... Eigentlich müsste der EMF auf 5 sein, dass der Chiang-Shi das ist. Ja, ich schau jetzt. Und der wäre ruhig bei mir. Chiang-Shi und ruhig, wenn ich das so einstelle. Ja, bei mir wäre das auch so. Bei mir wäre Chiang-Shi alt und ruhig. Ja, die unteren passen, ja. Ja, die... die... Partikelmesse... Wegt sich chaotisch, weinen... Und die würde probieren, ja. Von wo kommt er? Weißt du das? Äh, von... Oben. Es ist nicht das Richtige, wir machen... Wir haben irgendwas falsch, aber es ist der Chiang-Shi. Ja, aber was hat der denn für eine Stimme? Ich mein, wir könnten das andere nochmal probieren? Hm. Ich mein, was hätten wir denn noch... Ich meine, wenn der, wenn sich die... Feuerding hat... Also wenn dann die Hudo-Puppe keine Interaktion hat, dann ist es aber auch trotzdem ein heiliges Feuer. Ja. Ja, dann rutsch der halt von mir auf beunruhigt dann, ne? Heiliges... Ah, heiliges Feuer! Nicht heil... Nicht Feuersalz! Oh mein... Gott! Bist du... Wie oft habe ich das halt schon gesagt? Ja, aber... Hey, aber... Warte, ich habe das heiliges Feuer trotzdem benutzt. Ja, was denn jetzt? Egal, egal, warte. Ich bin einfach, glaube ich, retarded. Weil ich die ganze Sitz... Tangle to Side-X... Keiner mag, mag! Guck mal, der dich angreift. Ich glaube, ich war einfach retarded. Ich glaube... Ist die das? Oh Mark, ich mag, ich mag, ich mag Also wenn du in Shang-Chi aus wirst, kann er bloß das Jenny oder Oiz Er kommt auch, ich hab nichts den ganzen Tag Wir können jetzt noch warten Er kommt Jetzt machst du richtig Er kommt von Hä? Äh Hä? Er steht da vor ihm direkt Hä? Der kam aus gar keiner Richtung angerannt gerade Er ist ein Stars, zweitens er hat mir nichts aus der Hand geschlagen, drittens, ich hab nicht mal gehört, dass er losgesprintet ist Also schwer ist schon Schwer Na, erzähl bloß Man, kann ich mich mal zuerst opfern, ich will nichts als letztes übrig bleiben, ich hasse das Das Ding ist, ich werd immer nur verschleppt, so, was soll ich dir sagen? Egal was ihr macht, ich werd verschleppt Schlepp-a-luga-one Ich schlepp dich heut gern ab Komm, das krieg ich mir jetzt hin Ja So Das erfluchte Kinderspielzeug im Auto mitnehmen Genutzt in den verfluchten Spiegel, mache ein Foto für einen Geistangriff von schwebenden Objekten Das ist ein Flugger, das ist die Foto hier Vielen Dank.